Im Rahmen unserer praktischen Übung zur E-Mail-Verschlüsselung erwarten wir von Ihnen, dass Sie sich auf unserer Website einen öffentlichen PGP-Schlüssel herunterladen, den in Ihren GPG-Schlüsselbund importieren und uns dann damit eine verschlüsselte E-Mail senden. Wir haben Ihnen aber bereits in früheren Vorlesungen beigebracht, dass diesen öffentlichen Schlüsseln nicht immer unbedingt zu vertrauen ist und wollen Ihnen mit diesem kurzen Video die Möglichkeit geben, dieses Vertrauen herzustellen. Kurze Erinnerung, das Vertrauen in den öffentlichen Schlüssel beruht zum einen auf der Authentizität des Schlüssels, also ist der Schlüssel, den ich mir aus einer möglicherweise öffentlichen Quelle wie in diesem Fall einer Webseite, den ich aber auch per E-Mail erhalten haben kann oder mir von dem Schlüssel zwar heruntergeladen habe, ist dieser öffentliche Schlüssel tatsächlich der, den der Besitzer der E-Mail-Adresse, die in dem Zertifikat um den öffentlichen Schlüssel herum drin steht, auch der, den der Besitzer erzeugt hat. Also gehört tatsächlich dieser öffentliche Schlüssel zum privaten Schlüssel des Besitzers. Das zweite ist die Identität des Besitzers, gehört tatsächlich die E-Mail-Adresse, die in dem Zertifikat steht, also an die ich mit diesem öffentlichen Schlüssel verschlüsselte Nachrichten sende, gehört die wirklich der Person, die ich dahinter erwarte. Die öffentlichen Schlüssel, die aus den öffentlichen Quellen stammen, können halt auch tatsächlich komprimitiert sein. Wir haben eine ganze Reihe von Man-in-the-Mittel-Angriffen kennengelernt, mit der sich Angreifer in dem Kommunikationskanal zwischen einem Sender und einem Empfänger einbringen können, dort Nachrichten abfangen und gegebenenfalls auch manipulieren können. Und diese manipulierte Nachricht kann halt eben auch ein öffentlicher Schlüssel sein. Das kann das Abfangen von der E-Mail sein, das kann die Umleitung einer HTTP-Verbindung, TCP-Verbindung, die HTTP überträgt. Wenn ich mir von der Webseite einen öffentlichen Schlüssel herunterlade, die kann das auch sein. Und der Angreifer kann es halt eben dann schaffen, sich aus dieser Man-in-the-Mittelposition in die Lage zu versetzen, mir als Empfänger eines öffentlichen Schlüssels einen gefälschten öffentlichen Schlüssel unterzuschieben. Dieser öffentliche Schlüssel gehört natürlich zu einem privaten Schlüssel, den der Angreifer besitzt und kann dann, und dieser kann dann natürlich mit dem falschen Verschlüssel, verschlüsselte E-Mails auch dekodieren. Wie kann so ein Szenario aussehen? Wir nehmen mal an, dass Anna und Emil sich darauf geeinigt haben, sich ihre öffentlichen Schlüssel per E-Mail auszutauschen. Das ist bequem. Und wir nehmen an, dass der Angreifer es geschafft hat, sich auf einem der Mail-Server, die am E-Mail-Verkehr zwischen Anna und Emil beteiligt sind, sich dort Zugriff zu verschaffen. Und so in die E-Mail-in-the-Mittelposition zu kommen. Skizziert könnte das dann so aussehen. Wir haben hier Anna und auf der anderen Seite haben wir Emil. In der Mitte haben wir dann diesen kompromittierten Mail-Server, auf dem der Hacker H Zugriff hat und dort der Man in the Middle ist. Und wir nehmen dann jetzt an, dass Anna und Emil ihren öffentlichen Schlüssel sendet. Ich nenne den mal K. Jetzt schafft es hier auf dem Server, schafft es der Angreifer K, durch seinen gefälschten Schlüssel, den nenne ich mal K' zu ersetzen. Und der Mail-Server sendet die manipulierte Nachricht weiter an Emil. Und dieser erhält dann halt eben K' Erwartet den öffentlichen Schlüssel von Anna, das haben wir vorher vereinbart, und vertraut diesem dann, importiert ihn in den Schlüsselbund, im schlimmsten Fall signiert er ihn sogar und so weiter und so fort. Und dementsprechend kann dann jetzt, wenn Emil eine Nachricht per E-Mail an Anna sendet, verschlüsselte Mail, kann Hacker H diese Mail entschlüsseln und den vertraulichen Inhalt lesen. Da es für den Hacker ja relativ einfach ist, der hat ja hier schon K erhalten, im Besitz des öffentlichen Schlüssels von Anna zu sein, dem korrekten öffentlichen Schlüssel, wird er jetzt hingehen und wird die Nachricht, die entschlüsselte Nachricht neu verschlüsseln mit dem originalen öffentlichen Schlüssel von Anna und sendet dann diese Nachricht weiter an Anna und Anna merkt noch nicht mal, dass auf dem Weg jemand die vertraulichen Informationen abgegriffen hat und die entschlüsselte E-Mail trotzdem, die verschlüsselte E-Mail trotzdem gelesen hat. Wenn der Angreifer clever ist, das ist er ja, er hat das ja immerhin schon alles geschafft, dann wird er auch den Rückweg hinkriegen und wird den öffentlichen Schlüssel von E-Mail abfangen, wird Anna wieder einen öffentlichen Schlüssel, einen gefälschten öffentlichen Schlüssel unterjubeln und kann dementsprechend auch den Rückweg mitlesen und dementsprechend die komplette verschlüsselte Kommunikation zwischen den beiden abfangen. Was müssen die beiden also machen? Sie müssen vor der Benutzung des öffentlichen Schlüssels müssen Sie den Schlüssel verifizieren. Und dazu müssen Sie einen dritten beziehungsweise einen sicheren Kommunikationskanal verwenden. Das kann halt in dem Fall nicht E-Mail sein, weil E-Mail ja eben der Kommunikationskanal sein soll, den die beiden mit dem Schlüsseltausch absichern wollen. Klassischerweise kann man dafür Telefonanruf nutzen, der Empfänger eines öffentlichen Schlüssels ruft dessen Besitzer an oder Besitzerin an und Sie vergleichen die öffentlichen Schlüssel. Wenn die übereinstimmen, dann wissen Sie alles klar, auf dem Übertragungsweg wurde da nichts manipuliert. Alternativen wären ein persönliches Treffen oder ein Fax. Was unter Umständen auch gehen kann, ist, wenn ich mir den öffentlichen Schlüssel von der Webseite herunterlade oder den Fingerprint auf einer Webseite aufrufe, um dann den Vergleich zu machen. Das kann gehen, wenn die Webseite HTTPS verschlüsselt ist, SSL verschlüsselt, TLS. Aber auch hier ist Vorsicht geboten, es gibt ja auch noch andere Wege, Daten auf einem Webserver zu manipulieren. Da muss man nicht unbedingt in die Kommunikation eingreifen. Eigentlich müssten jetzt die beiden den erhaltenen öffentlichen Schlüssel mit dem Original beim Besitzer des Schlüsselpaars vergleichen. Das ist aber ziemlich mühsam, weil der öffentliche Schlüssel sehr lang ist und auch sehr kryptisch. Wenn Sie sich den mal in einem Texteditor anschauen, dann werden Sie sehen, das möchte niemand vorlesen und mitvergleichen müssen. Daher gibt es für jeden öffentlichen Schlüssel im Zertifikat auch einen kurzen Fingerprint. Das ist ein eindeutiger kryptografischer Hash des Schlüssels. Das haben wir auch schon gelernt. So, ich würde Sie jetzt dann bitten, Ihren GPG-Schlüsselbund zu öffnen und den bereits importierten Schlüssel, den Sie sich auf der Website der Übung heruntergeladen haben, dort genauer anzuschauen. Im Fall von Mac OS X sieht das zum Beispiel so aus. Da haben Sie hier bei den Informationen zum öffentlichen Schlüssel die ID des Schlüssels oder zum Beispiel hier oben die E-Mail-Adresse, die mit dem Schlüssel verschlüsselt werden soll. Und hier haben wir den Fingerabdruck. Und wir nehmen jetzt in unserem Beispiel als ausreichend sicheren Kanal einfach mal dieses Video. Es wird einem Angreifer sehr schwer fallen, zum einen ich zu sein. Ich gehöre zum Teaching-Team des Kurses. Das konnten Sie vorher schon auf der Website sehen. und es wird ihm auch schwer fallen, das Video zu manipulieren. Also das, was ich jetzt hier auf den Folien im aufgezeichneten Video anzeige und Ihnen jetzt auch nochmal vorlese. Also der Fingerprint des Schlüssels, den Sie importiert haben sollten, lautet 7D95 7E60 AC5F 2644 DA56 7336 990 D FA1F ABA0 13E5 Das war auch schon relativ lang, aber ich glaube, ich und Sie sind froh, dass ich nicht den kompletten öffentlichen Schlüssel vorlesen musste und mit diesen Informationen können Sie jetzt unserem Schlüssel vertrauen, wie ich das hier auch schon gemacht habe, meinen GPG-Schlüsselbund und die Bonusaufgabe lösen. Viel Spaß dabei! Das war auch schon! Ich bin froh, dass ich zu auch schon! Vielen Dank.